Schocknachricht für Stefanie Hertel, sie wurde im Netz fälschlicherweise für tot erklärt. Jetzt meldet sich die Sängerin zu Wort und gibt zu, ihre Anwälte seien ratlos. Wie bitte? Diese Meldung ließ Stefanie Hertel vom Glauben abfallen. Im Internet wurde die Schlagersängerin nun kurzerhand für tot erklärt. In einer der unzähligen Falschmeldungen im Netz hieß es, Stefanie Hertel verstarb im Alter von 44 Jahren. Die Ursache war diese gefährliche Krankheit. Jetzt gab die Ex von Stefan Maross Entwarnung, doch einen Haken hat die Sache. Stefanie Hertel, rätselhafte Falschmeldung, ihre Anwälte tappen im Dunkeln. Auf Instagram meldete sich Stefanie Hertel jetzt zu der Schocknachricht über ihren Tod zurück. Sie postet eine der Falschmeldungen und stellt mit deutlichen Worten klar. Ich erfreue mich bester Gesundheit und kann nur hoffen, dass wir bald irgendetwas dagegen tun können. Wer hinter dieser bösen Fake News steckt? Rätselhaft. Die Ex von Stefan Maross gibt zu, dass auch ihre Anwälte im Dunkeln tappen. Meine Anwälte sind momentan ratlos. Auweia! Bleibt nur zu hoffen, dass sie die Verantwortlichen doch noch ausfindig machen können. Fans dürften jedoch erst mal erleichtert sein, dass die Sängerin wohl auf ist und sich bester Gesundheit erfreut.